Hallo liebe Freunde und äh, willkommen zurück bei Blitzkrieg 3. Ich würde, äh, vorstellen wir uns heute mal die zweite Mission, die zweite Nebenmission in der zweiten Epoche der Deutschen an. Und, äh, wollen wir mal die Landung auf der Krim probieren? Keine Ahnung, ich werde mir diesmal durchlesen was, äh, auf mich zukommt, dass ich vielleicht mal ein bisschen bessere. Soll ich mal so eine... Dingsmücken? Zack? Zack... Wenn wir das auch probieren, aufzuschliessen. Und so. Wir drücken einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Schluck Wasser. Auf geht's, würde ich sagen. Schauen wir mal. Landung auf der Krim. Das Hauptquartier der Roten Armee liegt nicht weit vom Küstengebiet entfernt. Dort können wir eine Landung durchführen. Sie müssen mit einem schnellen Angriff die feindlichen Verdenkungen durch Berechnungs-Hauptquartier erreichen. Die Küste ist stark mit Artillerie-Stellung befestigt. Seien Sie alle so vorsichtig. Super. Da ich ja Artillerie so sehr mag, die ist echt widerlich, ne? Ja, wir schauen einfach mal. Was da so auf mich zukommt. Hat man das jetzt gehört? Das war mein Handy. Aber ich höre schon mal Wasser, oder? Oh, es geht los. Mensch, ich hab's eingeschlafen hier. Oh, wir haben hier Pause. War schon mal gut, dass mein Arsch ist. Okay. Also hier könnte was sein. Hier. Hier, hier. Das muss man wahrscheinlich nicht einnehmen. Was ist das denn? Okay. Wir ziehen uns erst mal zurück. Zurück. Wir sind schon viel zu lang an diesem... Was? Was? Wir sind schon viel zu lang an diesem Kübel. Seit uns um. Steif mussten wir zu sein. Was? Okay. Wie spielen sie das Stadtgebiet aus? Die Stadt liegt vor uns. Wir können unsere Stellung überprüfen und wahrscheinlich einigen Gefangenen machen und sie befragen. Was? Was? Ihre Befehle? Wir schießen mal hier hin. Wow. Ist meine... Mit dem Schuss alles weggerotzt? Komm, schieß. Wow. Nice. Hihi. Das gefällt mir. Alles bereit. Wir schießen erstmal die Artillerie tot, weil... Und jetzt durch ein Kopf mehr. Nice. Keine Chance da durchzuschießen! Oh, ganz schön. So, aber Reichweite? Schade. Oh. Ohohoho. Hab er das gesehen? Geil. Voll aufs Maul! Scheiße. Was sollte das passieren? Wir gehen mal mit dem Schauschützern, die können ja ein bisschen rum, ballern, Spaß haben, oder ist noch mehr okay. Wechsel mal das Ziel, mal gucken ob dann die da ist. Das sieht jetzt ein bisschen genauer aus. Gucken wir uns mal die Vespa an, ne? So eine Vespa. Jawoll! Ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, Leute, tut mir leid, aber... Dann machen wir die hier drüber kaputt. Okay, komm, 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 komm. Jawoll! Okay, dann haben wir die hier weg. Und, ja, dann wird hier unten wahrscheinlich andere sein, oder? Boah, zu kurz, okay. Guck mal, wo rein hier? Boah! Alter, der soll hier hinzuballertieren, ey, alter Schwede. Dann greifen wir den unten an. Ehrlich? Machen wir mal den... Versuch mal den Panzer. Oh, okay, das können wir vielleicht mit dem Schauschützern... ...vernichten. Da kommen wir vielleicht ein bisschen schneller vorwärts. Warte, du sollst den Panzer zerstören. Dann haben wir lange keine Briefe mehr hier. Ja, und sonst so? Läuft, ne? Na, oh, habt ihr was gesehen? Oh, ho, ho! Alter Schwede. Okay. Ja, lass doch mal Schutz. Komm, jetzt hau den Renni rein. Wenn wir den... Okay, da ist auch noch was. Eigentlich müssen wir nur uns statt... Oh, da sind auch noch welche. Okay. Ups. Wir haben Schauschütz noch um uns mal die Infanterie. Wow. Ich hab's mal nicht gesehen. Scheiße. Krass. Ich hab's mal gesehen. Alles weggebaut. Okay. Komm, hol den. Komm, hol den. Wo ist er denn? Hier. Warte, haben wir sind Zeit. Ah, die ist auch nicht. Die gehen raus. Okay. Jetzt mach den doch mal weg hier. Na, an und ab. Ist gut, okay. Los, los, los! Sehen. Ehh. Schwede deliber. Der hat auch gemacht. Komm, komm, komm! Hau drauf. Ja, wer ist. So. Alter Schwede. Das gut aus. Das Spiel gefällt mir. Los, los, los! Na gut, dann haben wir ja was mal, äh, alles so nett. Wirklich gemacht! Ja, wir sind immer noch da! Oh, mach dich mal zu 1 und dich zu 2, jetzt mal die Stadt ausspielen, aber ist hier bestimmt was. Das sieht doch schon so für dich nicht aus. Los, los, los! So ein paar Verstärkungstruppen werden halt nicht schlecht, ne? Kommandant? Die Gebäude und Befestigungsanlagen sind leer. Was ist hier los? Komm, ich auch. Kommandant? Ok, hab ich. Ausgespäht und... Das ist ein Hinterhalt! Verteidigung auf Bord! Schnell! Weg, 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 weg. Verstanden! Oh, da fällt was. Ok. Verstanden! Ok. Wollen wir mal versuchen, hier reinzuhalten? Kümmer mich drum! Ne, ich bin nicht. Ne, weg! Scheiße, scheiße, scheiße! Sch... Schhhhhhhhhhhh Schhhhhhhh Sch�iiiight! Weg, 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 weg! Wow. Ja. Ich könnte sinnieren, ne? Ich bin die KI natürlich nicht. Wo werden wir gebraucht? Wo er eingegraben ist dann. Wow, das war knapp. Holy shit! Geh mal weg! Ich frage jetzt mal, was getroffen haben. Mal versuchen wir rein zu halten. Okay, hörst du mal den Ding zu treffen. Boah! Ich bin mir sogar kaputt. Die bewegen sich nicht. Ja, ruhig, sagen wir mal die dann in Ruhe. Zah, gestückeln wir die. Dauert jetzt natürlich ein bisschen leute, aber... Hier. Ich schieße auf den Wettel. Ich schieb mal auf den da. Eigentlich war der schon Geld, oder? Ich schieb mal. Wow, alter. Ich schieb mal weiter. Oh, ein Schluck Wasser dauert jetzt wahrscheinlich fünf Minuten. Aber dann können wir mal. Ja, das dauert jetzt hier ein bisschen. Ich glaube, ich mal zwei eins. Dich zwei eins. Zwei eins. Zwei eins. Zwei eins. Nice. Wo werden wir gebraucht? Oh, die kümmern sich. Jetzt schauen wir mal. Bis ich hier noch zu rüben fange. Okay. Da zwischendurch. Ne? Los, los, los! Okay. Ich schule das aus. Okay. Wie sieht's aus? Ihre Befehle? Transportflugzeuge erreichen die Koordinaten. Sie können nun Fallschirmjäger anfordern. Oh, okay. Aber ich kann auch hier... Scheit... Los, los, los! Weg, 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 weg. Nein. Renn, 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 renn. So, die wollen jetzt zur Sicht. Los, los, los! Jetzt hau die doch mal kaputt, Junge. Nein, was dauert denn so lange? Ihre Befehle? Weg, 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 weg. Er sieht mich nicht mehr... Hau ab! Ich hau auf meinen Unterricht. Das ist Munitionsverschwendung. Ich geh mal mit drum. Au. Lkw bereit. Aber wir kennen uns. Okay, nice. Gut. Ja, wollen wir uns noch mal ein paar Jungs holen? Oder wie ist das? Lkw einsatzbereit. Komm, jetzt hau den Wektor direkt. Oh, da krieg ich verstanden. Okay. Okay, nice. Das geht vielleicht nicht. Wir haben Ihre Befehle. Verstanden. Lörse und Flachs. Bestätigt. Ah, wir müssen über die... Wir müssen über die Flanken, okay. Na gut. Dann gehen wir mal langsam vorwärts. Bestätigt. Ich denke mal, das Gebiet können wir in Ruhe lassen, oder? Unser Geheimdienst meldet, dass sich irgendwo in diesem Gebiet feindliche Artillerieeinheiten aufhalten. Bestätigt. Wow. Wir gelöden Wichser. Ja, super. Und was machen wir dagegen? Wollen wir mal 100 Punkte verschwenden, oder? Mal gucken. Ja, aber verstanden. Der wird da unten auf A-Tellerie sein. Ich meine, hier sind jetzt natürlich die Dings. Was? Was ist jetzt hier drauf? Was für ein Pärs? Ich bin hier angefeiert. Verstehe. Wir können heute Dings rauf fahren. Na ja. Verstehe nicht. Nice. Okay, nice. Okay. Okay. Easy. Ich hab' mehr Glück als Verstand gehabt. Das ist echt krass. Ähm. Kommt mal her. Es kann losgehen. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was ist denn mal mit rund? Ah, okay. Bestätigt. Ich habe Glück gehabt. Die Flak besetzt. Schießt ihr auch oder wie ist das? Wir schlafen alleine. Okay, dann schmau mal. Die Flak werden wir gebraucht. Die Flak ist einfach überall. Okay. Es ist die Frage, ob hier auch ein Artillerie-Geschütz steht. Wo ist denn vor der Bunker ein? Kommen sie, okay. Dann, zack. Wo sind die Jungs drin? Hier, zack, zack. Sind unterwegs. Schau mal wo. Die vorne ist hier wahrscheinlich. Okay. Okay. Die stecken wir mal hier rein. Oh, da ist ja nie was da. Ist wieder irgendwie von hinten. Kann ich ran wollen? Ach ja, mit dem G-Druck. Nice. Jawoll. Wir machen erstmal die Infanterie. Weil, nein. Haben wir gelernt, hat die höhere Sichtweite. Alles bereit. Wird gemacht. Oh, die Artillerie ist schlecht. Oder die Hauwitze. Aber... Langsam ändern sich das eigentlich. Ah, wegen der Schüssel. Ernsthaft. Aber ich meine, ich bin innerhalb der Sichtweite vom Gegner, ne? Aber... Hier! Die... Die... ... bewegen sich zum Glück nicht. Aber wir können mal... ... die Jungs erstauschlich brauchen. Befehl wird ausgeführt. Wo werden wir gebraucht? Umsetzersgeschütz. Ah, ah. Das ist ein paar Wetter, ey. Nice. Kümmer mich drum. Komm schon mal näher ran, ja. Ihre Befehle? Nice. Befehl bestätigt. Können wir einen MG-Trop hier reinsetzen, oder? LKW bereit. Oh, okay. Das ist nur das Panzer. Boah. Oh, oh. Okay. Dann können wir jetzt wahrscheinlich lange danach ziehen. Ihre Befehle? Was ich ja gerade eben machen wollte. Was haben wir hier für eine Reichweite? Okay. Okay. Wir sind nutzlos jetzt. Das ist geschütz. Ihre Befehle? Ansonsten? Okay. Kommandant? Wir müssen ausspähen. Wir müssen ausspähen. Boah. Ja. Bestätigt. Genau zwischen die Augen. Es kann losgehen. Kommandant? Also verteilen die Jungs. Wohin. Wir müssen ausspähen. Bei ihr sind die Jungs. Kommandant? Ja, okay. Ich bin fertig. Reduzing und Fuhrer. Okay, kommandant. Na klar. Ich bin nachaut. Wie ist das? Ich bin nachaut. Wir sind dabei. Alter, das Ding bummst alles weg. So, jetzt hier ein schöner Schuss. Auch schon krasses Goldies. Und hier Öl. Ist gelaufen. Also müssen wir aufpassen, wenn das... Ah, der bleibt stehen. Okay. Schon ausge... Für Deutschland! Sieht schon echt... Nett aus, die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, soll ich einen Eingriff wagen? Mit allem, was ich habe? Wo werden wir gebraucht? Ja, wir warten bis der eigene Tod ist. Dann machen wir mal Harakiri hier auf den letzten Panther. Die Geburt kann ich nie besetzen. Nehmen Sie das Ding. Aber wir können noch ein paar andere Dings holen. Bis dahin. Dann können wir noch mal das... Dann haben wir das Geschütze besetzt. Das sieht nicht gut aus. Alter, was wir jetzt machen... Ja, dann machen wir jetzt gleich einen Großangriff. Und los. Los. Muss vielleicht nicht als Erster. Aber jetzt. Aber hier ist auch noch was. Nice. Ach komm, was soll das jetzt? Jetzt suchen wir die Ohnung. Teilen wir doch der E runter. Nein, 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 nein. Hauptquartier der Roten Armee eingenommen. Gut gemacht. Jetzt warten wir darauf, dass die Hauptstreitkräfte am Strand ankommen. Okay. Oh, gut. War das jetzt noch ein bisschen... Zeit gespielt. Guck mal, wird das Stuck hier rein gefeiert. Kommt in die ganze Sache hoch. Und... Ja. War eine etwas langweiligere Mission, aber... Wir haben sie geschafft. Und das zählt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.